Ja, das Ergebnis ist super. Aber das Spiel war schwierig. Wir sind ja wieder in den Rückstand geraten. Es ist natürlich nicht so einfach, dann gegen clevere Griechen das dann vernünftig zu spielen. Diese Selbstverständlichkeit, die wir schon ein bisschen angesprochen haben beim letzten Spiel, die hat wieder gefehlt. Aber es war eine Art Kampf jetzt auch von uns, dass wir dieses Spiel hier 3 zu 2 gewinnen. Spielerisch müssen wir uns auf jeden Fall noch steigern, das ist uns allen bewusst. Wichtig war, dass wir da die drei Punkte holen, dass wir wieder ein Spiel gewinnen. Und das war unser oberstes Ziel, das ist uns gelungen und da wollen wir weiter machen. Klar, es ist, wie ich schon gesagt habe, es war eine gute Stimmung im Stadion. Es ist natürlich alles hektisch, aber wir müssen trotzdem in der Lage sein, das besser zu machen, besser zu verteidigen, besser Ball laufen zu lassen. Also muss einiges besser werden. Es war ein erfolgreicher Tag, aber kein sensationell guter Tag für uns.